Seit mehr als 20 Jahren ist die Finanzagentur NRW in den Regionen vor Ort. Vom Technologiezentrum Aachen aus unterstützen wir Unternehmen zum Thema Ressourceffizienz. Wir helfen bei der Finanzierung von Projekten und sind auch jetzt seit kurzem im Bereich Circular Convent, Circular Design unterwegs, um hier neue Trends und Innovationen im Unternehmen zu verankern. In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Arbeit im Unternehmen geändert. Aber auch die Arbeit bei der Finanzagentur hat sich verändert. Wir sind digitaler geworden. Wir sind vom statischen Regionalbüro in ein Workspace gezogen. In unserem neuen Workspace in Aachen sind die technischen Möglichkeiten so gut, dass wir mit Videokonferenzen perfekt mit Unternehmen in Kontakt treten können. Auch der Weg zum nächsten Scheißwisch ist nicht weit. In den Veranstaltungsräumen können wir unsere Veranstaltung wie gewohnt abhalten und es gibt interessante Orte zum Austausch. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir die Ressourceffizienz in Ihrem Unternehmen steigern. Sprechen Sie uns an!